Ich bin für alles Administrative zuständig. Termine koordinieren, Präsentationen vorbereiten, etwaige Anfragen an den Vorstand weiterleiten, sich ums Haus ein bisschen kümmern, Meeting betreuen. Ich komme früh gerne in die Arbeit, weil kein Tag dem anderen gleicht, weil es immer Spaß macht und immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen auf mich warten. Für mich macht meine Arbeit aus, dass ich wirklich mit jedem Haus irgendwann mal zu tun habe und so echt super viele Leute kennenlernen und mich austauschen kann und einfach, dass das viel Abwechslung ist. Für potenzielle Mitarbeiter würde ich sagen, dass einfach das Firmenklima super ist. Es ist sehr familiär bei uns, weil es relativ überschaubar ist von der Mitarbeiteranzahl. Und es sind alle furchtbar hilfsbereit. Also wenn man irgendwas braucht, findet man immer, wem der einem zur Seite steht. Musik 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 Musik